Ahsoka Tano Sie waren allein unterwegs und entging der großen Jedi-Säuberung. Vom Schicksal ihres früheren Meisters Anakin Skywalker ahnte sie nichts. Unter dem Decknamen Fulcrum versorgt Ahsoka die vielen Rebellengruppen mit Informationen. Der Mannschaft der Ghost offenbarte sie ihre wahre Identität, nachdem sie die Rebellen vor einer Übermacht imperialer Kräfte gerettet hatte. Warum seid ihr hier? Euretwegen. Und wegen eures Schülers. Viele in diesem System haben eure Botschaft gehört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben in dunklen Zeiten. Wir wollten nicht, dass diese Hoffnung stirbt. Zusammen bilden sie ein starkes Team. Ihre Jedi-Fähigkeiten verstärken die Rebellion, die sich gegen das Imperium erhebt. Das klingt ziemlich gut. Als Darth Vader die Rebellenflotte angreift, versucht Ahsoka herauszufinden, wer hinter der rätselhaften Bedrohung steckt. Ihr Versuch misslingt und nur Vader erkennt die Wahrheit, dass sein ehemaliger Padawan noch am Leben ist. Nun stellt sich Ahsoka die Frage, wer dieser Sith-Lord sein könnte. Wie lange wird es dauern, bis der einstige Meister und seine Schülerin die Lichtschwerter kreuzen? Star Wars Rebels. Samstag ab 20.15 Uhr. Schü Psychology von einem